Hey Leute und herzlich Willkommen zurück zu Garrys Mod mit dem Grandelbar, mit dem Kevin und mit dem Chulu. Hallo Leute! Moin! Wie heißt das nochmal? Prop-Meme oder so? Äh, Prop-Pantomime. Prop-Pom-Psch, genau. Wer nicht weiß wie es geht, letzte Folge anschauen, unbedingt anschauen. Da wird es erklärt, das Spiel hier, was wir hier machen und das ist definitiv eine Mauer! Bart Simpson! Jawoll! Nice! Kevin! Was ist das denn, Bart Simpson, Alter? Das ist überhaupt kein Bart Simpson, das ist ein Stier! Mit 3, 4, 50 Hörnern, Alter! Das ist Bart Simpson, Kevin hat gewonnen! Du bist Bart Simpson! Nice! Das kann nicht wahr sein, dass ich immer noch 0 Punkte habe! So! Oh Gott, jetzt bin ich schon wieder dran! Ja! Kann das sein? Oh Gott, ich hab mir noch gar nichts überlegt! Mann! Bist du bereit? Äh, yo! Kann losgehen! Lass drehen! Lass mal kurz noch drehen! Höchstgeschwindigkeit! Höchstgeschwindigkeit! Mopsgeschwindigkeit! Stopp! Mann, der Kevin ist voll gebildet! Warum? Weil er sowas weiß! Oder sowas raus... Oh! Oh! Mann, ey! Das gibt's nicht, ey! Funktioniert das nicht? Immer Schatten, Alter! Immer Schatten, Alter! So, ich weiß noch selbst noch nicht, was ich machen will! Fangen jetzt gleich einfach mal an! Der Dinosaurier! Ich wollte ja zuerst dein Dinosaurier-Skin basteln, aber das hätte ja Kevin nie rausgekriegt! Ja, stimmt! Äh, können wir ja gar nicht sehen, ne? Du, Kevin, du musst dir das Video hinterher angucken, wie wir aussehen! Das ist so... Das ist so billig, aber gleichzeitig so lustig! Weil er so billig ist, ist das auch so lustig, Alter! So... Ja, Popcorn! Schneller! Oh mein Gott! Ah, ich war tot! Nein! Das ist raus, ich habe ihn! Popcorn! Au! So... Popcorn! Ja, warte mal, ich spawne hier wieder Essen! Wo war das nochmal? Das Essen! Ne, warte, Kevin fängt das Spawn an! Konzentration! Mach ruhig noch ein bisschen! Ich kämpfe gerade noch mit dem Block! Buh! Ich mach deinen Schatten weg! Wenn du näher rangehst, ist es besser für euch zu gucken, oder? Ja, wenn du näher rangehst, ist der Schatten halt kleiner! Das ist ein 16 zu 9, 32 Zoll Full-LED-Fernseher! Das stimmt echt, so sieht es echt aus! Jawoll! Gesunde Ernährung für den ganzen Tag! Ja, Essen! Alles meins! Ein Hummer, ja! 313 HP! Alter! Ein, 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 ein... Quadrat... Viereck... Dings! Ein Quadrat... Rechteck! Äh... Waagerecht! Penis! Weg damit! Ein Ausknopf! Was ist das? Das ist 3 Meter lang! Ein schwarzes Loch, was nicht rund ist, sondern viereckig! Ein Hase, ein Hasenzahn, eine Hasenscharte! Was ist das? Verdammt nochmal! Ja, weiter! Ich will mehr! Gebt alles! Kudo, jetzt hör auf! Ich blockiere seine Sicht! So, das ist immer noch ein Flatscreen! Kevins, äh... Kevins... Sixpack! Das ist richtig! Warte mal, das ist doch die Titanic! Das ist die Titanic! Transformers! Schigi! Das ist Schigi! Was ist das für ein Stern? Was ist denn die hier, ey? Russen... Russen-Logo! Russen-Logo! Chiguiwara! Oder sowas! Chiguiwara! Chiguiwara! Das ist ein Auto! Alter! Wer war erster? Wir waren gleichzeitig eigentlich! Ich war erster! Bei mir waren wir gleichzeitig! Nee! Ich kann's nicht beurteilen! Ich hab nicht gedacht, dass das so schnell rausfindet! Komm, den gömm mir doch mal! Ich hab doch noch keinen! Aber ich... Ich mein auch... Okay, ja, bei mir waren wir gleichzeitig, aber es kann ja durchs Delay kommen, dann... kriegt der Grantl den Punkt! Yeah! Okay! Die Felge ist doch geil! Geht's doch zu, oder? Das sind richtig geile Felgen, ja! Das sind richtig geile Felgen! Also Nieder-Querschnitts-Reifen! Ich dachte erst mal, du machst da mal so ein Logo! Da ist es doch auf irgendeiner Nationalflagge drauf, dieser Stern, oder? Echt? Ja, auf dem von deiner Mutter Land, glaube ich! Ah, ja! Grantl wieder dran! Ach, ich bin dran! So, Grantl! Go! Lass mal ordentlich durchwibbeln und babbeln, das Ding! Bäm, 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 bäm! Stopp! Bäm, 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 bäm! Bin ich mal gespannt! Und er kriegt... Das zieht! Und nein! Alter! Das kann doch nicht wahr sein! Es ist doch wie verhext! Es ist wie verhext! Also ich bescheiß da auch nicht, Leute, ne? Ich hab da keine Bremse, keine manuelle oder sonst was! Ja! Ich lass das wirklich so laufen! Wenn's nach mir gehen würde, würde ich ja endlich mal Tag machen, damit's mal Abwechslung hier reinkommt! So! Das mach ich jetzt! Das mach ich jetzt! Ah! Ich weiß, was ich jetzt mache! Liebe Zuschauer! Und ich hab... Ich hab, glaub ich, im Chat vergessen zu schreiben, was ich letztes Mal gebaut hab! Egal! Das baue ich jetzt, liebe Freunde! Das baue ich jetzt! So, das wird aber nicht so einfach! Du, vielleicht ist es sogar für die Zuschauer cooler, wenn du's nicht schreibst, weil die dann mitraten können! Fällt mir grad ein! Also ich schreib's nicht mehr rein! Okay, ich schreib's auch nicht mehr rein! Ähm, vergesst die Idee einfach mal! Ihr habt jetzt Alzheimer! Alzheimer! Hex-Hex! Hex-Hex! So! Setzt euch bitte hin! Es nervt mich, wenn ihr hier rumtuckert! Oder Kevin Tudu setzt sich für dieses hin! Hallo! Was soll das? Hey! Hex-Hex! 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 Von überall kommt das Popcorn! So! Ähm, so! Warum leckt das Scaries Mod so ein bisschen? Geh raus aus dem... Ey, das leckt! Leckt das bei euch auch? Ne, das hab ich auch manchmal, dass die Props einfach lecken, die Animationen, aber das nur bei dir! Okay! Ich weiß nicht, woran's liegt und ich weiß nicht, wie man's zurückgängig machen kann! Ja, irgendwie krieg ich's nicht mehr los! Irgendwie krieg ich's nicht mehr los, diesen Prop! Ja, weil du ihn an einer anderen Stelle hingehalten hast! Ah! Ah! Jetzt hab ich ihn! Leg Prop! Okay! So! Ja! Flatter, Flatter! Ich kann's überhaupt nicht wegen den Legs irgendwie vernünftig machen! Das ist... Okay, jetzt! 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 Fast! Äh, ja, so! Wie das aussieht! Buh! Hört auf! Buh! Oh, sorry! Buh! Ihr Pisser! Schiebung! Oh mein Gott! Das ist groß! Oh shit! Das war sehr groß! Buh! Alter! Ich kann überhaupt nicht... Angel! Das ist Hitman! Das ist Hitman! Was ist denn? Spongebob! Spongebob! Du Bastard! Leute! Im Ernst? Was soll das sein? Ja! Das... Du hast doch gebrochen! Hier über das zweite Bein gekommen! Nice! Damit steht's... Zwei für To Do, drei für Kevin! Ein Mitleidspunkt für Grantlbad! Alter, voll das Hakenbein, Alter! Ja! Ja, was soll ich denn sonst machen? Das ist ein Angel oder so, ein Angelhaken! Das ist auch ein Angelhaken, Alter! Dann, dann bin ich jetzt wieder dran, oder? Ja! Mann, Handy! Halt deine scheiß Schnauze! Ich pack dich jetzt ein, so! So! Es geht los! Und ich stoppe! Yeah! Und ich bin der Erste, der am Tag bauen darf! Yeah! Hurensohn! Nehmen wir doch nach! Mann! What the fuck, Alter! Das war doch so eindeutig! So, was baue ich jetzt? Was baue ich jetzt? Okay, Leute! Jetzt mache ich's euch verdammt schwer! Ich werde mich mal gespannt! So! Nee! Das ist zu easy! Dann geht das zu flink! So wollen wir das... Ey! Nicht ins Gesicht! Nicht ins Gesicht! So, das hat Löcher innen, das brauchen wir nicht! Ey! So! Das mach mal so! Spongebob! Spongebob! Kühlschrank! Kühlschrank mit Angel! Das ist grad schön lang! Billiard! Dave! Immer wenn ich auszusehen in den Chat komme, dann steht da Graschenbart Arsch! Weil du da das letzte geschrieben hast! Ähm! Ähm! Ja! Ja! Aber doch das! Was? Alter! Penis! Zwei Penisse! Hä? Was sieht so dein Penis aus? Kühlschrank mit Penis! Ne! Ich baue jetzt wirklich sehr abstrakt! Riesene Eichel! Eichel-Parmesan! Was ist das denn? Äh! Grillzange! Grill! Was ist das für eine Mixer? Mixer! Keine Ahnung! Mixer! Was ist für eine Grillzange? Das ist ein Mixer! Das sieht echt aus wie ein Mixer! Eure Mütter sehen aus wie ein Mixer! Da wirklich, man! Kannst du das nicht? Au! Wo kommst du das denn mit dem Stuhl an, Alter? Mixer mit zwei Beinen! Mit Stromkabel! Was soll das sein? Was ist das? Was ist das für eine Missgeburt? Spongebob mit Mixer hinten! Ich bin noch nicht fertig! Rührschüssel, Mann! Mit Rührschüssel Salat! Alter! Da kommst du doch nie drauf! Uh! Mann, wieso hat der wieder keinen Schatten? Hör doch auf Popcorn zu schmeißen! Ich seh nicht, ob was einen Schatten hat! Karottenmensch! Karotten... Geldautomat! Geldautomat mit Fühlern! Raupe! Raupe! Die Beine! Das hat einen Schatten! Ja, super! Ein mächtiger Weltherrscher! Was zum... Wikinger! Wikinger! Wikinger Stier! Wikinger Stier! Kaktus! Sombrero! Olé! Olé! Ist das zu Arschen? Nein! Was ist denn das, Alter? Das gibt's nicht! Was ist das? Das ist ein Fantasiewesen, das gibt's nicht! Ein Monster! Buh! Buh! So! Fetter Ork mit Schlamm-Tippen! Schwing-Tippen! Schwing-Titte! Hä? Ork-Monster! Clown! Der Boogeyman! Nein! Batman! Alter, was ist das sein? Teufel! Teufel von der Seite! Nein! Teufel mit komischen Beinen! Mann! Das ist nichts! Teufel mit Riesenzähnen! Hä? Das da oben wird irgendwie nichts! Was ist das? Das ganze Ding ist nichts! Das ist überhaupt nichts! Ja, ich kann ein... Schreiender Tudu! Ich kann ein Detail hinmachen, dann ist es... Charlie Sheen! Dann ist es klar! Rudi Völler! Für mich ist bis jetzt gar nichts klar! Adolf Hitler! George Bush Obama! Tadeus! Was ist das? Was sind unten die Füße und der große Kloppe? Was soll das sein? Ekelhafte Schmandmatsche! Ekelhafte Schmandmatsche! Ein Clown! Irgendwie... Nielpferd! Kartoffelgesicht! Nielpferd! Nein! Alter, was soll das sein? Dann fang ich jetzt mal... Also, von hier schaut ihr am besten, ne? Weil dann ist nichts im Weg! Ja, aber ich kann trotzdem nichts erkennen! Insekten mit komischen Fühlern! Dann fang ich jetzt mal mit Details an! Schmierigen Fühlern! Hä? Penis! Darth Vader! Warte, wenn du das rausfindest, bist du echt... Darth Vader, Penis! Dildo! Doppel Dildo! Doppel Dildo! Doppel Dildo! Sex Toys! Doppel Dildo! Ihr habt eine echte eklige Fantasie irgendwie... Ups, jetzt sprühe ich da ein Logo hin! Elefant! Bliebenpferd! Dinosaurier! Baummonster! Tentakelmonster! Alter, was bouncet mich das Ding so rum? Bouncyball! Hässlicher Monster! Mann mit Hut! Mann mit Hut! Der Hut gerade abwirft! Und ein Stuhl ist daneben! Ich fühle mich aus wie so... Keine Ahnung! Windsurfen oder so! Sieht das aus! Stöckelbeine! Neil fährt auf Stöckelbeinen! Satellit! Nein! Komm, jetzt müsst ihr das doch rauskriegen! Was ist das? Du bist so ein Haufen Scheiße in einem Haufen Scheiße! Das ist nichts, Alter! Okay, ich bin gespannt, ob das ein Zuschauer rauskriegt! Mini Penis! Stecker! Steckdose! Nein! Ich muss oben noch ein bisschen nacharbeiten! Grille! Was soll das sein? Jemand, der Gabel in den Arsch steckt! Gitarre! Gedachenspieler! Nein! Mikrofon! Besenschrank! Telefon! Was soll das Telefon sein? Nein! Besenschrank! Man, Leute! Internet! Kann doch nicht mal... Was ist das für Internet? Wie definierst du Internet? König Speller, Klopse! Kartoffel! Brei! Kartoffelbrei! Spieße mit ekelafte Arschsoße in Fertmuskacke! Sägeblatt! Steve! König der Kleopatra! Sägeblatt! Arsch! Au! Oh Mann! Wieso kommt ihr da nicht drauf? Was soll das sein? Weil das einfach nur ein Haufen Scheiße ist! Dann verbessere ich noch ein bisschen die Anatomie! Fettwarnst mit Nase... Arsch... Titten! Was soll das sein? Das ist doch nichts! Tittenmonster! Tittenmonster! Mann, was ist das für eine... Tittenmonster-Arsch! Was ist das für eine Anatomie, ey! Das ist doch nichts, Mann! Das gibt's nicht im Real Life! Das gibt's doch nicht im Real Life! Aber das gibt's! Und jeder von euch kennt es! Oder ihn! 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 Nemo! Findet Nemo! Hat Nemo Titten? Hat Nemo so ne komplizierte Frisur? Komm, mehr Tipps gibt's nicht! Eine Grille mit... Eine Grille mit Titten! Was ist das für ne Frisur? Das ist keine Frisur! Das ist ein... Haufen Scheiße in einem anderen Haufen Scheiße! Mann, schaut das schrecklich aus! Das sieht so scheiße aus! Ich würd's nicht mal selber erraten! Also, das hier unten sollen Füße sein, ja? Also, das Füße, oder? Ja! Ich würd das nicht mal selber erraten, Leute! Stöckelschuh-Tittenmonster! Deine Mutter! Inchela Anaconda! Nein! Deine Mutter! Ich komm da selber nicht drauf! Thaddeus als Frau! Und das Ding schatten, ja! Nee, das macht's doch noch schlimmer! Okay! Kuck! Ich weiß nicht! Ich glaub ich muss auflösen, oder? Okay, ja! Will ich auch sagen! Ja, gib uns... Dann mach uns... Nee, nicht auflösen! Dann gib uns wenigstens irgendwelche Tipps, so! Nenn mal... Aufgelöst wird hier nicht! Nenn mal... Gemüse nochmal! Der Grand Bart hat schon das richtige Gemüse genannt! Nur als Tipp! Was? Mrs. Lemmon... Mrs. Puff... Was ist Mrs. Puff für Gemüse, Alter? Orange... Orangey... Annoying Orange? Nein! Annoying Orange mit Gemüse? Warte! Wo hast du das Essen her? Hamburger... Food... Von Entities... Und Food... Okay, das, das ich brauche, das gibt's nicht! Donuts... Pizza... Fisch... Das ist doch kein Obst! Was soll das sein? Cabbage... Bananen... Bananenfrau... Bananen... Bananenfrau... Dieser Mensch, den ich hier gemacht hab... Ja... Men... Trägt... Den Namen vom Obst... Mehr oder weniger... Orange... Lady Orange... Orange... Orange ist ne Frucht! Bananen-Lady... Bananen ist auch kein Obst! Natürlich! Na Mann! Cabbage-Lady... Lady... Banane... Möhre... Also ne Banane ist kein Obst... Das kapiert nicht... Möhrenkopf... Banane ist Obst... Ananas... Ananas... Anaconda... Mann! Mädels! Karotte! 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 Mehr sag ich nicht! Ja was soll ich das sagen? Was soll ne Karotte? Ja... Wen kennt ihr denn... Wen kennt ihr denn alles, der Karotte heißt? Oder... So Leute... Ganz kurz... Nein, das erratet ihr uns noch! Das erraten wir niemals in dieser Folge! Karotte! Karotte! Das bringt uns nicht weiter! Wer heißt denn übersetzt Karotte? Charotte! 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 Alter ihr seid so dumm! Was macht denn der da für ne Attacke? Was ist denn das? Was soll das sein? Was für ne Attacke? Alter! Ihr verarscht mich, oder? Nein! Ich komm nicht drauf! Wir werden das niemals in dieser Folge bringen! Sei ja chill, ihr Missgeburten, ihr Dummen! Alter! Was? Ja jetzt sag's Kevin, los! Ich kapier's nicht! Ich kapier's einfach nicht! Ja! Jetzt aber! War Dragon Ball was? Alter! Wieso kenn ich das denn nicht? Karotte und Dragon Ball! Und du grabst es immer noch nicht! Kakarot! Verdammt! Na alter! Endlich! Und jetzt den richtigen Namen, damit ihn jeder erkennt! Son Goku! Das ist Son Goku, der Kamehameha nach rechts macht! Niemals ausrüst Son Goku! Vielen Dank fürs Zuschauer, Leute! Bis zur nächsten Folge! Wir schwingt!